Und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Ja, die letzten beiden Folgen waren leider ohne Audio-Kommentar. Ja, die waren letztens ohne Audio-Kommentar. Auch weil der jetzt auch schon zwei Wochen her ist, vergessen das Mikrofon einzuschalten. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Und wir werden mal zu SES reiten und gucken, was dieser kleine, der kleine Fleischschänder will. Jetzt werde ich schon als Hochschul bezeichnet. Schön. Dann reiten wir mal in die Nacht. Guti. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist wirklich ein bisschen. Oah, mein Freund. Ich werde dich nicht verletzen. Du bist nur ein bisschen in der Zeit. Nämlich, mein Freund. Ich werde dich nicht verletzen. Ich werde dich nicht verletzen. Jeden Tag verletzen. Jetzt geht es um zu gehen. Man sieht nicht, wie wir in einem Russ hier sind? Oh, you naughty little boy! This will all be over soon. Oh, ho ho! A bottle of Elixir! Thank you, my friend! It's been a pleasure meeting you! I got the one hell of them! Run up the map! Just run them off the road! Is it wrong? I mean... Hey! Hey, you are hitters! Well... Well, look at this! Some Elixir! Go left here, partner! Who's got a kiss for sad? Yeah! This fella had a few bucks on him! Who's a spy? Make a left! That's awesome... A beanie-nanie-nanie-mighty buck! Yes! Do you hear me? I've got the map, mister! I've got the map, mister! I've got it, I've got it! We're on fire, mister! Was ist hier? Das war knapp. Ich habe mich vor allem zu verhauen. Kannst du noch schneller gehen? Es sieht aus wie die Schmerzen in Tumbleweed. Das ist, wo ich ging. Es ist Glück. Gehen wir, wir sind fast da. Wir sind schütten, Ducks. Los geht's, wir sind die Hosen. Was ist hier? Ähm. Geben wir mal Zwieferde ab? War so. Zwieferde. Äh, da lang. Geben wir. Geben wir die Hosen, verdammt. Ja, das würde ich nehmen. Wir müssen schneller gehen, Partner. Komm schon, lass uns das Wagen bewegen. Komm schon, lass uns das Wagen. Komm schon. Komm schon, lass uns das Wagen. Komm schon. Der warme Pferd. Ey da... Oh, das ist gut. Hm, das ist gut. Gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Wie? Ich denke, ich werde hier ein bisschen sitzen und versuchen, das herauszufinden. Ich werde rückwärts sein. Wenn du damit fertig bist, gehst du nach Fort Mercer. Ich brauche dich in diesem Ort. Nachdem ich meine Schmerz gefunden habe, Herr. Das möchte ich jetzt nicht. Können wir gleich hier bleiben eigentlich? Und bleiben wir gleich hier. Wenn er gerade da ist, ist so eine alte Ordnung. Dann machen wir gleich hier weiter. Dann machen wir gleich hier weiter. Ja, Herrchen ist gut. Oh, so ist es so, ist es? Nicht zu Seth heute sprechen? Oh, das alte SILENT-TREATMENT. Oh, whoa! Das ist ziemlich ständig. Hey, Seth! Seth, zurück hier! Oh, hey, Partner. Ich habe gerade nach dir. Nach mir, was? Over da? Wie geht's dir? Ich bin gut. Ich bin gut. Na, bis zum nächsten Mal, Partner. Wie geht's dir, Partner? Auf, woher? Auf, woher. Auf, woher. Auf, woher. Auf, woher würde ich nicht sein, wo das Ding du hast, ist, würde ich? Nein, Herr. Nein, Herr. Komm schon, Partner. Okay. Ich war nur... ...fuhlen. Partner, äh... ... du weißt, die Idee von diesem Tresher macht lustige Dinge für mich. Warten für eine Villa. Ja, gut. Folgen wir ihn mal. Sieht auch alle sehr verlassen hier aus. Warten für eine Villa. Ja, gut. Folgen wir ihn mal. Sieht auch alle sehr verlassen hier aus. Verstehe ich. Das sind die Zeros. Ich denke... Na, komm mal. Diese Böcke, auch. Ich habe dich alle runter. Ich habe mich eine Hölle von Wiedow, um dich zu drücken, mein Junge. Da mag ich eigentlich immer ziemlich was. Oh, fuh. 5's, 5's! Any way you want, boy! Blow their damn brains out! Come on! Come on! After this, we're going back with your friend! Die! I did all the work! Me! No, no, no! I see you! Follow me! That's it, partner! Smoke him! What the hell? Did I bring the tech fire? Jeez! Damn, nation! I ain't fine with you! You best shoot me now, or this is over! Kill them all, mister! You won't be sorry, you woke up this morning! Don't change! Yes! Stop doing this! I had it with you bastards! So... And a couple of people here... ...eh, a car, come on... Excuse me, mister! Pandemonium! Hmm, ich werde ihn besser mit dir sterben. Bleib zu nahe. Komm schon, Junge, mit deinem Kopf. Hmm, ich werde ihn zu nahe. Komm schon, bitte, ich kann ihn nicht selbst nehmen. Ich werde dich töten. Das ist mein verdammt treasured! Hä? Ich werde dich schrauben! Da geht's! Wir haben nicht viel Zeit! Ich kann es nicht verlieren! Nicht jetzt! Du musst mir helfen! Da geht's! Okay, probieren wir uns auf der anderen Seite! Oh, ich habe einen hier! Hey, hey, hey! Wir gehen jetzt! Das ist unsere letzte Chance! Super! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Er öfter! Wir gehen jetzt hin! Ja, wir gehen jetzt nicht! Lass uns also das! Hast du versucht? Ist da noch jemand? Ist da noch jemand? Ist da noch jemand mehr da? Hä? Der Mann sagt, die schreif? Was hast du für mich? Willst du jemanden schreifen? Jetzt drückt die noch. Dann. Das ist es, Partner. Schau sie! Na, da haben wir welche. Na, Kollege? Tschüss. Schau sie alle, Herr! Ich mag sie besser sterben! Ach, ist die doch wahr. Ui, wer bist du denn? Es sind noch jemanden? Ah, da bist du. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Das, äh. Hä? Ja da. Come on please I can't take them by myself sneaky sonso bitches Ah, verdammt! Sooo, weiter! Was ist das da? Da kommt es nicht ab. Da kommt es ab. Komm schon! Keine Ahnung! Ich bin hier ab. Ha 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 ha! Endlich! Ich sehe die Licht am Ende dieser sehr langen langen Tunnel. Setz wird erreich nach all diesen Jahren. Ha 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 ha! Es sind die Schmerzen und Parisien von jetzt an! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Schmuck? Ich bin sicher, dass jemand dieser hat es sehr ließ. Ich habe das sehr vieles. Sie sind schmerzen. Sie sind schmerzen! Sie sind schmerzen! Sie machen mir eine verdienehmehme! Sie sind ein Schmerzen! Sie sind schmerzen! Sie sind schmerzen! und das entspricht, Sie sind sich nicht wieder zu erleben. Ich bin bereit für das Leben! Ich werde mich von und dein Sägen, es wird bereit. So, haben wir einen schönen Schatz gefunden und ein Glasauber. Ist doch auch mal was Feines. Ein schönes Glasauber. So, ich habe hier noch nicht... Ich würde sagen, das war es hier wirklich hoch. Haben wir hier noch was? Auch hier. Schön, Munition. Feine Sache. Das haben wir auch hier. Die hatten sie ja richtig gut hier. Das war ein bisschen vermodert, aber... Wir hatten es gut. So, Tiof hier. Ein bisschen den mieden Gestank hier entfernen. Was löscht. Okay. So, auch schön. Ein bisschen Geld. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine kleine Folgenpause. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017